Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. In Anbetracht dessen, dass die 22. Kilo Open Source und Linux Tage quasi schon halb vor der Tür stehen und ich noch eine Menge zu tun habe, wird es dieses Mal ein bisschen kürzer. Es geht dieses Mal darum, wie ihr ein Proxmox aktualisieren könnt, von der Version 7.2 auf 8.2. Das war das, was ich noch so hatte. Eventuell habt ihr neuere, aber interessant dabei ist halt, dass es auch einen Wechsel bei der zugrunde liegenden Distribution gab. Also vorher war es ein Debian 11 und das Ganze wurde auch auf Debian 12 aktualisiert, neben den Dingen, die Proxmox selbst noch mitbringt. Für diejenigen von euch, die Proxmox noch nicht kennen, was ist das überhaupt? Das ist eine freie Virtualisierungs- und Containerisierungslösung. Proxmox beinhaltet nämlich einmal KVM zum Virtualisieren, also eine Vollvirtualisierung, sodass dort drin Gäste laufen können, also andere Betriebssysteme, und die denken, dass sie auf einem richtigen Rechner laufen. Daneben gibt es noch die Containerisierung in LXC und das ist so ähnlich wie Docker. Also da wird eine Umgebung abgekapselt, in der Betriebssysteme laufen, aber die haben keinen kompletten Zugriff auf die Hardware. Also das sehen die auch nicht komplett. Also von daher, diese beiden Möglichkeiten sind dort drin. Containerisierung ist üblicherweise ein bisschen schneller. Ja, aber KVM ist halt auch mit bei. Das Ganze wird gesteuert über eine Web-Oberfläche. Die ist sehr praktisch und auch sehr umfangreich. Darüber kann man diese ganzen Dinge machen, also Container anlegen, virtuelle Maschinen anlegen, kann in den virtuellen Monitor reingucken und so weiter und so fort. Und das haben die bei Proxmox sehr schön gemacht. Also das ist ein Grund, warum man das verwenden sollte. Als Betriebssystem beziehungsweise Distribution wird Debian verwendet. Und unter dem Proxmox 7 irgendwas ist es Debian 11 und unter 8x ist es denn Debian 12. Mehr Informationen bekommt ihr da über die Proxmox-Seite. Da könnt ihr nochmal gucken, was es sonst noch alles für Funktionen gibt. Und natürlich auch das ISO runterladen, damit ihr einen eigenen Proxmox-Server installieren könnt. Ich habe jetzt nicht zum ersten Mal was dazu gemacht. Also guckt gerne mal bei meinen Videos vorbei, was es da schon alles gibt. Zum Beispiel Proxmox 8.0 ohne Abo. Denn die möchten natürlich gerne was verkaufen. Die Entwicklung muss ja auch irgendwie finanziert werden. Also das ist vollkommen legitim. Wenn ihr euch das irgendwie nicht leisten könnt und durch die Werbeeinblendung genervt seid. Und auch Updates haben möchtet, die nicht ganz so stabil sind. Obwohl bis jetzt hatte ich nie Probleme damit. Also von daher, wenn ihr das Ganze ohne ein Abo betreiben möchtet, guckt gerne mal in dieses Video rein. Da zeige ich euch auch ein bisschen, wie man so ein RAID damit baut. Und das Ganze mit SSD auch noch beschleunigt. Wie immer an dieser Stelle, wenn es um ein paar größere Umbauten am System oder sonst irgendwas geht. Die Warnung davor, es können natürlich Daten verloren gehen. Im schlimmsten Fall kann das System überhaupt nicht mehr hochfahren. Ihr macht quasi alles kaputt. Also macht daher vorher ein Backup. Das sollte auch aktuell sein. Also nicht von vor zwei Jahren oder so. Das hilft euch dann wenig. Und im Falle, dass irgendwas nicht funktioniert, stellt die Sicherung wieder her. Genau, also seid gewarnt. Es kann alles passieren. Normalerweise klappt es, aber es kann wirklich alles kaputt gehen. Und dann seid ihr selbst schuld. Das Aktualisieren macht quasi zwei Dinge in einem. Also es stellt einmal die Debian-Basis von Version 11 auf 12 um. Und aktualisiert auch die Proxmox-eigenen Pakete, also die Web-Oberfläche und weitere Pakete, die das Proxmox-Projekt geschnürt hat, auf Version 8.2 von in meinem Fall 7.2. Das funktioniert so, wie man üblicherweise auch ein Debian aktualisiert. Also das ist jetzt nicht großartig anders, wenn man das auf der Kommandozeile macht. Ich habe ja schon mehrere Videos dazu gemacht, wie man ein Debian von einer Version X auf Y bringt. Und hier läuft es quasi genauso. Also allerdings mit einem kleinen Unterschied. Wir machen sofort ein DIST-Upgrade im Gegensatz zu bei den anderen Sachen bloß ein Upgrade. Denn der Unterschied dabei ist, ein Upgrade darf bloß Pakete aktualisieren, auf einen neuen Stand bringen, die schon installiert sind. Also es darf keine Software dazu installiert werden. Wenn ein Paket in der neueren Version zusätzliche Abhängigkeiten dazu bekommen hat, zum Beispiel eine Bibliothek dazu installieren möchte, die aktuell nicht installiert wird, dann funktioniert das Upgrade nicht. Und das Paket, das die Abhängigkeit geändert hat, bleibt auf der alten Version stecken insofern. Da sich bei Proxmox da so ein bisschen was geändert hat mit Abhängigkeiten und so weiter, machen wir sofort dieses DIST-Upgrade und sparen uns den ersten Schritt mit dem nur Upgrade. Gucken wir mal, ob es geklappt hat. Und wenn das alles gut funktioniert hat, machen wir ein DIST-Upgrade. Also sofort DIST-Upgrade. Das ist mehr oder weniger der Unterschied, den wir hierbei haben. Für die folgenden Schritte braucht ihr Rootrechte. Damit könnt ihr das System administrieren und im Zweifelsfall natürlich auch alles kaputt machen. Das Erste, was wir hier machen, wir gehen einmal in das Verzeichnis rein, etc.apt, wo die Konfiguration für den Paketmanager drin ist. Also der Paketmanager heißt unter Debian Ubuntu Linux Mint APT. Und dort finden wir verschiedene Konfigurationsdateien, auch in Unterverzeichnissen einsortiert. Dann nehmen wir als nächstes den ZET, den Streaming Editor. Und mit dem machen wir eine Textersetzung. Wir gucken in allen Dateien, ob es irgendwo Bullseye als Schlüsselwort gibt, als Suchtext. Bullseye ist Debian 11, der Codename dafür. Und ersetzen das Ganze jeweils durch Bookworm. Das ist der Codename für Debian 12. Durch das S sagen wir hier, es soll gesucht werden, also Search. Und G sagt Global, also dass auch mehrere Vorkommen von Bullseye in einer Zeile durch mehrere Vorkommen von Bookworm ersetzt werden sollen. Dann haben wir noch das kleine minus i, das sagt, dass wir die Änderung sofort in der Textdatei, den Textdateien anwenden möchten. Ansonsten würden wir die Ausgabe des geänderten Inhaltes von der Textdatei sehen, aber die Textdatei wird nicht weiter angepasst. Da wir das sofort ändern möchten, einmal in der Sourceslist und in den ganzen Dateien, die unter Sourceslist.de drin sind, machen wir das dann direkt so. Und dann wird überall Bullseye durch Bookworm ausgetauscht. Das Ändern von diesen Paketquellen-Listen-Dateien reicht allerdings noch nicht aus. Wir müssen dem Paketmanager, dem APD sagen, jetzt guck mal im Internet nach, was es überhaupt für Pakete gibt. Der nimmt dann Kontakt auf mit den Debian-Servern, wo die Pakete draufliegen und natürlich auch mit den Proxmox-Servern und bekommt dann eine Liste mit den Paketen. Und da steht drin, welches Paket es in welcher Versionsnummer gibt, welche Abhängigkeiten die haben und so weiter und so fort. Und wenn wir diese Liste lokal auf unserem Server drauf haben, machen wir dieses DIST-Upgrade. Dann werden die neuen Pakete runtergeladen, entpackt, konfiguriert und mehr oder weniger ist es das dann auch schon. Dann machen wir noch einen Neustart, damit auch wirklich alles so ist, wie es sein soll. Da kommt auch ein neuer Kernel mit, mit den Anpassungen, die das Proxmox-Projekt dazu gemacht hat und so weiter und so fort. Also von daher, Neustart ist durchaus sinnvoll. Und wenn das alles geklappt hat, solltet ihr einen Proxmox 8.2 haben oder wenn ihr es einmal später guckt, habt ihr denn einen Proxmox 8.3, 8.4, je nachdem. Ja, genau, also das war es schon. Wie angekündigt, relativ kurz, aber für einige von euch vielleicht auch praktisch. Ansonsten macht es gerne nach, lasst es bleiben, macht auf jeden Fall vorher irgendeine Sicherung, denn im Falle eines Falles kann das durchaus lebensrettend sein. Ansonsten guckt gerne bei den Kilo Open Source und Linux Tagen unter kilux.de vorbei. Dort könnt ihr euch für die Vorträge anmelden, also wenn ihr teilnehmen möchtet. Einige davon sind sogar schon ausgebucht und das ist das Einzige, wo ihr euch überhaupt anmelden müsst, denn die Teilnehmerzahl pro Workshop ist einfach begrenzt. Wir haben nicht unendlich viel Platz vor Ort. Ja, und es gibt natürlich auch viele weitere tolle Dinge. Wir haben eine Menge Vorträge, die zum größten Teil auch gestreamt werden und hinterher als Mitschnitt verfügbar sind. Aber vor Ort ist es irgendwie doch schöner. Dann haben wir natürlich auch noch eine Ausstellung. Wir haben auch gemeinsames Grillen, gemeinsames Frühstücken verlosen. Es wird was zum Rätseln geben, wobei ich jetzt gerade noch sehr stark am Rotieren bin. Also ich habe sehr, sehr viele Baustellen im Moment und ja, also wir haben sehr viele kleine Aktionen daneben, noch neben dem eigentlichen Konferenz- und Ausstellungsteil. Also es lohnt sich wirklich. Ja, dann macht es nach, habe ich schon gesagt. Ansonsten natürlich abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. . Ja, dann sind wir ja. Ja, dann bin ich ja. Untertitelung des ZDF, 2020